Das ist ein Startpunkt. Das können wir loslegen. Musst du starten. Hensi, dann du musst jetzt erstmal anfangen mit... Hensi vor allen Dingen. Hallo, hey. Du bist ja so süß. Du möchtest mit dir süß, du. Du kannst anfangen. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass es Teil von euch selbst will. Ich leg mein Wort in euer Ohr und ich wünschte mir, dass ihr es lebt. Alles zu ändern liegt nicht in meiner Kraft, doch euch zu bewegen. Ich kann den Stein nicht rollen, den kein Einzelner schafft, doch der Gemeinschaft zu reden, sich zu erheben, kann der Mut sein, der Schritt zur Tat. Nun geht es um der Tiere, ăhä? Bis zum nächsten Mal.